Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück. Hallo, grüßt euch. Immer noch die gleichen Nasen hier. Genau. Wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge. Und wir haben heute wieder ein, wie wir finden, spannendes Thema, was wir mit euch besprechen möchten. Auf jeden Fall. Vielleicht ein Thema, wo gerade viele von euch auch betrifft. Vielleicht auch für ein bisschen Nervosität sorgt. Kann passieren. Wir wollen heute nämlich mit euch über das Thema Vorstellungsgespräche sprechen. Das ist doch viel erfreulicher als Corona, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es hat auch einen bestimmten Grund, warum wir das gerade jetzt machen wollen. Kai, warum ist das so? Warum? Weil wir momentan in der Jahresphase sind, in der die Vorstellungsgespräche stattfinden, in der die Vorstellungsgespräche gehalten wurden. Und vielleicht haben ja einige von euch bisher schon ein Vorstellungsgespräch hinter euch, das ein oder andere. Das ist auch ganz normal, dass da mehrere stattfinden. Also das erste direkt da, dass es erfolgreich ist, ist eigentlich fast nie der Fall. Und deshalb möchten wir heute auch darüber sprechen. Momentan haben wir jetzt Hochsommer und wie ihr alle wisst, die Ausbildung beginnt immer im September. Bedeutet auch, dass jetzt noch einiges passiert auf dem Ausbildungsmarkt. Auf jeden Fall. Und viele Ausbildungen auch noch vergeben werden. Und aus diesem Grund haben wir uns heute gedacht, wir reden über Vorstellungsgespräche. Und vielleicht für euch zur Einordnung, die Vorstellungsgespräche finden natürlich jetzt statt. Grundsätzlich predigen wir als Berufsberater, ich glaube, das sagen wir im Jahr bestimmt 20, 30 Mal. Also bewerbt euch oder bewirbt euch ein Jahr vor Ausbildungsbeginn. Genau, auf jeden Fall. Heißt eigentlich, ihr hättet euch letztes Jahr September zumindest beginnen sollen, euch zu bewerben. Ich will jetzt gar nicht absprechen, dass einige von euch das vielleicht sogar getan haben und bisher nicht so erfolgreich waren. Andere vielleicht haben auch erst später angefangen. Trotzdem finden jetzt noch einige statt. Das richtet sich ganz einfach nach der Branche, nach dem Beruf, in dem man arbeiten möchte. Aber auch nach dem Unternehmen. Also die Unternehmen setzen ja die Termine fest. Und ja, gerade die Größeren sind da früher dran. Die Kleineren kommen etwas später. Und trotzdem, auch jetzt noch, werden Ausbildungen vergeben, werden Ausbildungsverträge geschlossen. Und bevor ihr sowas unterschreibt, findet in der Regel ein Vorstellungsgespräch statt. Ganz genau. Und wir haben uns das für heute so vorgestellt, dass wir mit euch über drei, ich nenne es einfach mal, Themenblöcke sprechen möchten. Einmal um das Thema Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch, dann die Durchführung an sich als zweiter Themenblock und auch ein bisschen Nachbereitung, weil das ist auch was, wo viele unterschätzen. Aber bevor wir damit anfangen, Kai, du hast auch schon Vorstellungsgespräche gehabt, schätze ich mal. Wie waren die bisher bei dir? Kannst du dich noch daran erinnern? Also ich war tierisch aufgeregt, das weiß ich noch. Das ist, glaube ich, die Erinnerung, die den meisten davon am meisten im Gedächtnis bleibt. Im Nachhinein, dann muss ich natürlich sagen, die Aufregung war es vielleicht gar nicht wert, weil es war eigentlich ein lockeres, angenehmes Gespräch bei den Vorstellungsgesprächen, bei denen ich war. Ja, und die Entscheider und Personen, mit denen ich da gesprochen habe, von der jeweiligen Firma, waren auch immer freundlich, immer nett. Trotzdem war es für mich wichtig, sich darauf vorzubereiten, einfach um Sicherheit zu gewinnen, um zu wissen, was auf mich zukommt, aber auch um zu wissen, was muss ich denn beachten heute oder was muss ich am Tag des Termins beachten, was muss ich davor beachten und wie habe ich mich danach zu verhalten? Auf jeden Fall. Wie war es bei dir? Ich hatte auch mehrere Vorstellungsgespräche, waren auch eigentlich alle positiv, muss ich sagen. Also ich war auch immer sehr aufgeregt und habe das versucht, auch mit einer guten Vorbereitung halt irgendwie da, ja, einfach mit einem besseren Gefühl reinzustarten und am Ende war alles halb so wild. Ja. Ja, ich habe aber dann, oder man merkt auch relativ schnell, vielleicht geht euch das auch so, wenn ihr schon Vorstellungsgespräche hattet, dass man super schnell merkt, dass eigentlich jedes Vorstellungsgespräch anders ist, also der Ablauf. Und klar, es gibt so ein paar typische Fragen oder ein paar Dinge, auf die man sich auf jeden Fall vorbereiten sollte, wo wir auch ja gleich darauf zu sprechen kommen. Aber eigentlich, so ganz vorhersehen kann man es sowieso nie. Eigentlich nicht, nee. Jedes Unternehmen hat da auch andere Schwerpunkte und die legen auch Wert auf andere Dinge. Und deshalb kann man jetzt die Fragen an sich nicht nach einem Skript irgendwo rausfischen, sondern man kann lediglich so die Grundprinzipien klären. Ja. Das reicht aber auch vollkommen aus, weil sonst geht die Lockerheit bei euch verloren. Also wenn ihr euch jetzt Fragen vorher oder Antworten vorher zurechtlegt und ihr dann im Vorstellungsgespräch vielleicht genau diese Frage auch bekommt, dann antwortet ihr lang nicht so locker, wie wenn die dann spontan beantwortet werden. Genau, auf jeden Fall. Deswegen wollen wir einfach mal damit starten, was ist eigentlich, wenn ihr vielleicht einen Brief nach Hause bekommt, da steht drinnen, in zwei Wochen, Montag, 9 Uhr, Vorstellungsgespräch, der Puls steigt. Was macht man dann eigentlich? Das ist erstmal ein sehr positives Zeichen für euch, wenn ihr eingeladen werdet zum Vorstellungsgespräch. Das heißt ja, dass ihr mit euren Bewerbungsunerlagen überzeugt habt. Also erstmal ein Grund zur Freude. Auf jeden Fall. Genau, und dann empfehlen wir auf jeden Fall aber auch, sich auch das Gespräch an sich vorzubereiten. Was kann man da so machen, Kai? Hast du eine Idee? Also man kann verschiedene Dinge machen. Man kann das Gespräch an sich natürlich mal überlegen, was könnte ich oder wie läuft sowas ab. Aber weit davor würde ich mir erstmal überlegen, was ziehe ich an. Einerseits die Etikette zu wahren, da auch zu schauen, wie ist grundsätzlich der Dresscode in der Firma. Also da auf keinen Fall in Underdressed oder Overdressed kommen, sondern einfach schauen. Auch auf der Homepage sieht man ja häufig, wie die Mitarbeiter dort angezogen sind in der Firma. Heißt das aber nicht, wenn ihr euch für einen Werkstattberuf bewirbt, dass ihr dann im Blaumann kommen sollt. Eher nicht. Ja, sondern einfach so eine gewisse Etikette wahren. Ja. Und das ist so die erste Überlegung, die ich auch hatte, bei meinem ersten Vorstellungsgespräch zu schauen, was ziehe ich an. Ja. Und als zweites zu schauen, wie komme ich hin und wie komme ich auch wieder zurück. So ein bisschen Organisatorisches. Richtig. Ja. Weil ich glaube, nichts schlimmer, als wenn das Vorstellungsgespräch startet, der Tag X ist da und morgens muss noch schnell gegoogelt werden, wie ich überhaupt hinkomme. Überhaupt geht gar nicht. Weil das geht meistens schief. Das ist im Übrigen auch so eine Sache unter Berufsberatern, wo wir eigentlich denken, das müsste gar nicht mehr erwähnt werden. Wir merken aber dann jedes Jahr aufs Neue, doch, man muss einige Dinge nochmal erwähnen. Deswegen, es gibt halt einfach No-Gos und vielleicht denkt sich der eine oder andere von euch, das ist doch selbstverständlich. Aber glaubt uns mal, es scheint nicht für alle selbstverständlich zu sein. Ja. Also zum Beispiel das Thema Kleidung. Ihr solltet natürlich immer gepflegt und ordentlich angezogen dahin gehen. Keine Jogginghose mehr. Keine Jogginghose. In der Schule manchmal. Handy aus, Kaugummi raus. Also eigentlich so die Dinge, wo jeder wissen sollte, wenn man zu einem offiziellen Gespräch geht, oder? So ist es, genau. Und trotzdem erlebt man da die dollsten Dinge, oder? Kriegen wir halt von den Arbeitgebern dann vielleicht auch zurückgespiegelt, wie das so läuft, ne? Ja, also da hören wir die wildesten Dinge. Vielleicht auch für euch. Stellt euch einfach vor, ihr würdet sonntags bei einem wichtigen Essen vielleicht auch dem 80. Geburtstag von Roma so kommen. Und so ähnlich, daran könnt ihr euch vielleicht mal Pi mal Daumen orientieren, in welche Richtung es kleidungstechnisch gehen sollte. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, auf was müssten die Mädchen vielleicht mehr achten? Ich meine, ich als Kerl habe jetzt nicht ganz so viel Auswahl, was meine Garderobe hergibt für schick anziehen. Ja, also wir Mädels sollten natürlich vor allen Dingen jetzt im Sommer auch darauf achten, dass wir nicht zu freizügig dort antanzen. Also sowas wie ein tiefer Ausschnitt oder ein kurzer Rock ist einfach überhaupt nicht angebracht. Das ist vielleicht wichtig. Auch Schminke ist so, ihr könnt euch natürlich schminken. Ich bin auch geschminkt in meinem Arbeitsalltag, keine Frage. Aber wir gehen ja nicht auf eine Party. Von daher den tiefblauen Lidschatten und die blutroten Lippen werden wir vielleicht für den Tag mal ein bisschen streichen. Das auf jeden Fall. Okay, da haben wir jetzt mehr oder weniger das Outfit geklärt. Genau. Was würdest du noch vorbereiten? Also erstmal würde ich mich immer darauf vorbereiten, dass ich mich über den Betrieb informiere. Weil ich habe mich ja wahrscheinlich bei mehreren Ausbildungsbetrieben beworben. Habe mich vielleicht vorher so im Groben über die informiert für meine Bewerbung, die ich dann wegschicke. Aber so ins Detail fehlt mir da wahrscheinlich noch was. Und wenn ihr da hingeht zu so einem Gespräch, dann solltet ihr halt einfach wissen, wo gehe ich jetzt gerade hin? Was machen die Menschen dort in dem Gebäude? Was ist das für eine Firma? Wer sitzt mir da gegenüber? Und das finde ich auch immer eigentlich die beste Vorbereitung, wenn man sich selber fragt, die Person, die mir jetzt gleich gegenüber sitzt, was will die von mir wissen, hören? Also einfach mal in die Person hineinversetzen, ist glaube ich super, super hilfreich. Sehe ich genauso. Bin ich bei dir. Gerade wenn man sich über das Unternehmen dann informiert. Ihr könnt da auch ruhig mit offenen Karten spielen im Vorstellungsgespräch und auch sagen, man hat sich drüber informiert. Das kommt immer gut oder besser als zu sagen, ich habe mich gar nicht informiert und weiß es einfach so. Lieber mal sagen oder lieber ehrlich sagen, ja man hat sich informiert und das ist ja eigentlich auch was Gutes und ein gutes Zeichen, dass man wirklich motiviert ist, die Ausbildungsstelle zu bekommen. Und keiner verlangt von euch, dass ihr aufzählen könnt, wie viele Mitarbeiter in der Abteilung XY arbeiten oder wie die genauen Ziele letztes Jahr waren oder was es halt auch immer alles zum Informieren gibt. Das verlangt natürlich keiner, aber ich sage mal, das, was man im Internet finden kann, was vielleicht auch in der Stellenausschreibung stand, das sollte ich natürlich schon wissen, weil ein absolutes No-Go ist halt einfach für die Arbeitgeber, wenn die da jemanden gegenüber sitzen haben und die denken, der hat ja überhaupt gar keine Ahnung, wo der gerade ist. Und noch schlimmer, er weiß eigentlich gar nicht so richtig, welchen Beruf er hier lernen möchte. So ist es. Und wenn wir dann uns über die Firma informiert haben, dann solltet ihr euch auch klar werden, warum genau ihr dort arbeiten möchtet. Also was hat euch motiviert, euch dort zu bewerben und warum möchtet ihr genau zu dieser Firma? Genau. Weil ich glaube, das ist eine Frage, die man sich selbst immer beantworten sollte, aber vielleicht sogar auch ein Forschungsgespräch kommt. Auf jeden Fall. Und auch, warum ihr den Beruf gewählt habt. Und das finde ich als Berufsberaterin auch immer spannend. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Kai, aber wenn man so ein Vorstellungsgespräch manchmal übt mit den Jugendlichen und man fragt die dann die simpelste aller Fragen, nämlich warum hast du dich denn auf die Stelle XY beworben, das ist auch häufig eine Frage, wo es schwer zu beantworten ist. Warum will ich den Beruf eigentlich lernen? So ist es. Genau. Und man merkt dann auch gerade, dass gerade an der Frage am meisten hapert, sage ich mal. Ja, obwohl das ja die Kernfrage ist. So ist es. Warum willst du denn Kfz-Mechatronikerin werden oder warum willst du denn Tischler werden oder ins Büro oder was auch immer? Und dann sollte ich halt nicht nur antworten mit, ja, in der Schule hat es mir gefallen und ich möchte jetzt Geld verdienen. Ja. Oder Papa hat gesagt oder ich habe gehört, das ist irgendwie zukunftsträchtig oder sowas, sondern da solltet ihr wirklich in der Vorbereitung euch Zeit nehmen und euch überlegen, warum dieser Arbeitgeber, warum dieser Beruf, wie komme ich hin, was ziehe ich an. Und warum genau ich. Ja, warum passe ich dahin gut. So ist es. Und wenn ihr das macht, seid ihr schon einen großen Schritt weiter wie ganz viele andere. Genau. Genau. Dann kommt es auch Tag X, Durchführung. Ganz genau. Der Puls steigt, wie wir vorhin gesagt haben. Ihr trefft vielleicht noch in der Bahn vorher andere, die auch zum Vorstellungsgespräch dort sind. Könnte sein, ja. Und dann geht es los. Aber bevor es losgeht, würden wir uns an dieser Stelle leider von euch schon wieder verabschieden. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Und in der nächsten Folge geht es natürlich dann darum, wie so ein Vorstellungsgespräch dann abläuft, was die Durchführung betrifft. Und natürlich, ja, geben wir euch da nochmal ein paar Tipps an die Hand, damit auch der Ablauf dann möglichst reibungslos für euch funktioniert. Und bis dahin würden wir uns dann verabschieden. Macht's gut. Macht's gut. Und ciao. Bis in zwei Wochen. Ja, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.